Charlie Ward, der im Backcourt agiert und das ist das Sorgenkind Nummer 1 bei New York in dieser Spielzeit. Und den macht er, den kann er, überhaupt keine Frage. So frei, der hätte ich glaube ich auch noch reingeschossen, Pedrak Danilo. Ladung an Dan Marley. Hardaway, 1 gegen 1 Situation gegen Charles und wieder ganz frei, die kann er, die kann er, Pedrak Danilovic. Ja, das war ein kurzes Aufflackern davorhin, die Aufholjagd, der Nix, aber New York Nix. Oh oh, Danilovic. Langsam mal stimmig sein bei den Nix, also diese Ausrede zählt nicht mehr. Und ach, da sind ja wieder drei. Ja ja, Pedrak Danilovic. Zweimal durfte er als Start da ran, nach seiner Verletzung. Der Edelfan, er nimmt es noch mit Humor. Spike Lee, und der quatscht ja gerne mal Spieler zu, die gut drauf sind beim Gegner, das hilft heute nichts. Danilovic, der lacht über ihn. 16 Punkte die Führung.